Herrn Klub mit Dame, Marguerite Jursenard Monsieur Roger Calois war im Dezember 1978 verstorben. Der französische Philosoph hatte einen Sitz in der Académie Française innegehabt, und wie es üblich war, wenn einer der 40 Académie Sciences verschied, musste ein Nachfolger gekürt werden. Es erhob sich ein Graune unter den Gelehrten dieser altehrwürdigen Institution, Namen und Anspielungen schwirrten durch die Luft, Presse und Fernsehen mischten sich ein. So spielte es sich meistens ab. Doch diesmal war etwas anders. Denn eine der Persönlichkeiten, die zur Debatte standen, war eine Frau. Das hatte es während der 350 Jahre, in denen die Académie existierte, noch nie gegeben. Academie-Mitglied Jean Dormesson, ein guter Freund von Calois, hatte mit dem Verstorbenen die Verehrung für die Schriftstellerin Marguerite Jursenard geteilt. Deshalb erschien es ihm richtig und passend, diese weltweit geachtete Historikerin für den freigewordenen Fouteuil in der Akademie vorzuschlagen, zumal der alten Dame bereits 1977 der Preis der Akademie zuerkannt worden war. Die Kollegen reagierten verwirrt, manche empört. Eine Frau in der Akademie? Man solle doch das Herkommen hochhalten, demzufolge weibliche Mitglieder in einer gelehrten Republik fehl am Platze seien. Die Akademie stand immer für die Pflege der Tradition, zuvorderst natürlich der französischen Sprache, aber auch ihrer eigenen Gebräuche. Mitglied Claude Lévi-Strauss, der gegen Jursenard war, hat gesagt, man ändert nicht die Stammesregeln. Und war Jursenard überhaupt Französin? War sie nicht von fragwürdigem Geschlecht, da sie sich, wie es hieß, zu Frauen hingezogen fühlte wie ein Mann? War ihr Werk nicht umstritten? Es gab enormen Widerstand gegen Dormessons Vorschlag. Doch es gab auch Zustimmung. Sogar der Präsident der Republik, Valérie Giscard d'Estaing, bezog Stellung. Er war für Jursenard. Während dieser Streit tobte, saß die Frau, um die es ging, in ihrem Haus im US-Bundesstaat Maine, nahe der kanadischen Grenze, und versuchte, über den Tod ihrer langjährigen Lebensgefährtin Grace Frick hinwegzukommen. Dass sie für einen Sitz in der Akademie empfohlen worden war, gefiel ihr, denn es ehrte sie. Aber sie war in ihrem, manchmal zu Arroganz sich steigernden Stolz, nicht bereit, um diesen Sitz zu kämpfen, etwa durch Bekundungen ihrer Loyalität oder durch Antrittsbesuche, wie andere Kandidaten es taten. Sie ließ die Dinge auf sich zukommen. Innerlich schüttelte sie den Kopf über das Gebaren der französischen Gelehrten. Das sind alte, kleine Jungs, hat sie schon vor ihrer Kür über die Académie Science gesagt, die sich am Donnerstag unter sich amüsieren. Ich glaube, eine Frau hat dort wirklich nicht viel zu suchen. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Die erste Mutige Frauen verändern die Welt von Barbara Sichtermann und Ingo Rose Gesprochen von Julia Fischer Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören Auf Wiedersehen &